Hi, mein Name ist Ergan Össan und ich bin der Projektleiter für die Energiesparberatung des türkischen Bund Berlin Brandenburg. Ganz einfach, Thermostat richtig einstellen, Heizung entlüften, es darf nicht glückern, keine Möbel und Vorhänge vom Heißkörper, bei Abwesenheit die Heizung herunterdrehen, Heizungsrohre dämmen, Fenster und Türen abdichten und dabei nicht vergessen, richtig lüften hilft beim sparsamen Heizen. Ich würde gerne ein Beispiel nennen, schon ein Grad weniger spart bis zu 6% Heißkosten, bei ein Grad weniger kann man nämlich bis zu 147 Euro R-Cent im Jahr sparen. Sie können sich ein Messgerät leihen und damit ihre Haushaltsgeräte prüfen. Alternativ können Sie auch abschätzen, welche Geräte sind alt, welche sind nicht energieeffizient. Das Energieeffizienz-Label am Gerät hilft dabei viel. Unser Angebot richtet sich an Menschen mit eigener oder familiärer Migrations- und oder Flutgeschichte in Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Kurmanisch und Sasa, Arabisch und gegebenenfalls Englisch. Unsere Beratung ist kostenfrei und unabhängig. Wir wollen besuchen die und ab greift